Hallo, hier ist Anno. Ich bin kurz vor Darendorf, Kilometer ca. 310. Ich habe einen ganz hervorragenden Nachtlagerplatz auf einem Aussichtsturm gefunden. Also schlafe ich hier mit hervorragender Aussicht. Der Tag heute war durch die vielen Lochplatten relativ schrecklich. Was dann noch schlimmer ist als Lochplattenfahren, ist ja Lochplattenfahren mit Gegenwind. Ich hoffe, dass es morgen nicht mehr ganz so viele werden.